Hier ziehen Wolken und Schneeschauer durch. Die meisten Schneeschauer zeigt das Wetterradar jetzt im Im-Viertel in Wiener Raußen und in Wachfeld. Also nicht in den Kinkreis, sondern links. Jetzt sind wir freistet. Vor ein. Und das ist ein Verbot. Und wieder rechts. Und vor allem im Süden kann sich wieder länger näher halten. Langsamer. Salzburger 1, Westautobahn Richtung Wien vor Thalgau. Wie ein Driver melden, ist sie ein Unfallbasier. Das ist nur eine Fahrsportfreiheit. Sie müssen die Stadtsögerungen rechnen. Und in der Steiermark ist die Sperre der G380, der Enztalstraße. Ich lade ihn aufgeben. Der Stau löst sich jetzt nach und nach auf. Ich bin Krankheit geschlossen.